Wenn in Köln nicht der Fußball im Mittelpunkt steht, sondern Möbel, dann ist zweifelsfrei wieder Möbelmesse in der Domstadt. Vom 23. bis zum 25. Januar 2015 können Besucher die neuesten Trends rund ums Wohnen und Kochen live erleben. Auf der weltgrößten Möbelmesse IMM Cologne und dem integrierten Küchen-Event Living Kitchen laden über 1200 Aussteller aus der ganzen Welt zu einer einzigartigen Leistungsshow ein. Und den Besuchern wird dabei einiges geboten. Alle Gründe führen dazu, dass das Wohnen in den eigenen vier Wänden sehr, sehr wichtig ist. Und das stimmt ja auch, denn 340 Tage im Jahr ist man in eben diesen und nicht im Urlaub. Viele Starköche wie hier, Johann Lafer oder Nelson Müller, lassen sich direkt in die Töpfe schauen und verraten Tipps und Tricks aus ihrer Küche. Wohnen und Kochen ist ein Thema für jedermann und auf der Messe findet jeder seine Wohnwelt wieder. Ob ausgefallen, modern, klein oder groß. Vom Sofa bis zur passenden Lichtstimmung ist hier einfach alles zu sehen. Und vielleicht wird auf der Möbelmesse IMM Cologne und der Living Kitchen ja auch das Kölner Dreigestirn zu sehen sein und sich noch das passende Thronmöbeljahr suchen. Schließlich beginnt wenige Tage nach der Messe der Kölner Straßenkarneval. Kölner Dreigestirn Kölner Dreigestirn Kölner Dreigestirn Kölner Dreigestirn Kölner Dreigestirn Kölner Dreigestirn Kölner Dreigestirn